Wir gehen rüber in die Rubrik Single Shots bzw. Single Rose. Der erste Artikel, da führen wir zwei Stück vor, da sind in der Packung zehn Stück enthalten, aber zwei unterschiedliche Effekte. Ebenfalls von der Firma Funke, kleine Bombenröhrchen, Feuertöpfe, Neon Clouds. Wie gesagt, zehn Stück, fünf von jedem Effekt in der Packung von den Funke Neon Clouds.